Sein jetzt schon wieder so böse. Ich bin nur nicht böse. Nee, gar nicht. Der ist im Schwäbischen normal. So komm, du noch heim. Bin gleich daheim. Dann siehst du was du zu essen kriegst. Okay. Loll. Ich baue mich grad direkt unter nem Baum hoch. Wow. Das muss man auch erst mal schaffen. Oh ja, ein Rubberbaum ist das sogar. Ein wat? Ein Rubberbaum. Hier vor unserem Haus oder was? Ja. Was zur Hölle? Bin gleich da. Ja, ich schief. Toll. Oh mein Rücken juckt. Den hab ich da hin gebaut, ja. Was? Den Rubberbaum. Achso. Ein Creeper direkt vor unserer Haustür. Ja, dann mach ich mal die Tür zum. Wie bist du da reingekommen, ohne dass das über dich... Alter. Alter Junge. Boah, komm komm jetzt ja. Reinschlag und du bist tot. So. So, ich habe Zunge. Ja. Nee, das ist verrottet. Du isch das jetzt. Hm. Okay. Ich habe eh keinen Platz. Äh, erstmal brennen. Erstmal pennen. Nee, brennen, nicht pennen. Achso. Ich komme gleich ins Bett. Äh. Äh. Nein. So. So. Lall. 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 Tankst ein Ohr. Kann man gar nicht brennen. Was? Schon mal lustig. Ja. Warum? Frag mich nicht. Dann muss ich Jesus fragen oder so. Der weiß was. Ich frag Peter. Oder Peter. So. Zack. 37. Nice. Dann fange ich gleich. Nach dem Aufstehen an. Hier mit. Der Crowey. Crowey. Crowey, Papi. Okay. So. So. Achso. Ich wollte den Geothermaldinger da bauen. Ähm. Ja. Aha. Wozu brauche ich den Generator? So. Die Diamanten. Ähm. Glas und zwei Zellen. Joko und Glas? Ja. Okay. Und Refined Island. So. Die Diamantspitzhacke. Nice. Das war ich bloß noch. Ein Redstone. Und dann. Wie ging das jetzt nochmal? Quarry. Quarry. Da unten. Dann die zwei. Diamant. Uh. Wir haben eine Quarry. Nice. Warte mal bevor ich die jetzt mache. Turtle. Ne. 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 Mining Turtle mache ich danach. Das ist nicht. Wenn die Quarry läuft mache ich eine Mining Turtle. Kondi. Ähm. Das was ich jetzt gerade gemacht habe. Mach die dann von alleine. Okay. So. Quarry. Nice. Warte mal was. Jetzt brauche ich mir erstmal was zu futtern. Und dann. Äh. gucke ich kurz. Wie. Wie. Die Dinge geht. Glauben. Damit die auch ordentlich läuft. Ach. Da hab ich gar nie essen mehr. So. Ja. Ich hab. Grad Ding abgebaut da unten. Was. Ach Sand. Ne. Das fällt. Ja. Dann gib mal. Ja. Du kriegst zwei Brotter. Nee. Danke. Ja. So. Jetzt muss ich ganz kurz. Jetzt habt ihr halt kurz ja. Jetzt habt ihr halt kurz ja. Menü. Google. Äh. 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 So, jetzt muss ich kurz mein Lämpchen anmachen, jetzt wird es langsam duscht da draußen. Quarry mit, äh, Quarry. Take it, Wiki. So. Äh. Für Halloween werden Engines, Motoren benötigt. Okay. Also, T, ähm, U, äh, E meint natürlich. T, R, U, R, E. Okay. Ähm. Engines. Oh. So, eine Stirling Engine Compuse, eine Stirling Redstone Engine. Ganz einfach aus, Stirling Engine. Ist ja nur noch irgendwas richtig geiles, was, Team Engine. Mmm. Quarry geht's halt, dann einfach neben die Quarry, oh, ich kann es nicht mehr hier. Steigen die Quarry, ja. Äh. Ehm. Äh. produktiv und was haben wir denn hier haben wir sowas hier konduktivpipes soll man da dran anschließen wir bauen auch auf hinterglas ja ich habe hier gemacht also wir machen jetzt mal sterling engines würde ich sagen ich weiß ich komme ich guck mal was die schnellste engine dann gucken wir mal welche am schnellsten über diesen eigentlich relativ einfach eigentlich zu machen die mache ich glaube ich die sieht gut aus was für die betrieben lava mit lava wäre ja ja mit lava machen wir das ganz klar war beste so als wir brauchen ein glas piston wie macht man den ok youtube dann machen wir das mal dann brauchen wir noch einen platz wo man die quarry hinbauen würde ich sagen irgendwie hinter dem berg am besten die ich muss mal gucken wie man die vergrößert ich kann vergrößert werden indem man mit drei landmarks ein größen feld absteckt der boi muss neben eine neben eine ecke landmark platziert werden ok landmark brauche ich noch